Hallo und herzlich Willkommen zur 16. Episode meines Strick-Podcasts Everything Fiber. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und falls du neu hier auf meinem Kanal bist, mein Name ist Christina, ich komme aus Österreich und hier erzähle ich dir alles rund um Fasern, wie der Name schon sagt, Everything Fiber. Ich stricke, ich webe, ich färbe und ich spinne. Und was gerade bei mir aktuell ist, erfährst du in dieser Episode. Bevor ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, bin ich alle meine Kommentare durchgegangen. Ich hatte noch jede Menge offene Kommentare, die unbeantwortet waren. Das habe ich heute Vormittag gemacht, also die Kommentare durchgelesen. Und auch allen geantwortet. Das mache ich eigentlich immer. Nur kommt es halt darauf an, wie viel Zeit ich habe, ob ich das gleich machen kann oder ob ich da ein bisschen zusammenwarte. Heute waren es eine jede Menge. Ich glaube von zwei Episoden. Zwei Episoden lang habe ich nichts geantwortet. Das habe ich heute gemacht. Und ich habe da ein paar nette Dinge in meinen Kommentaren gefunden. Zum Beispiel, ich habe hier meinen Schummelzettel, damit ich das alles richtig ausspreche. Hannah hat mir geschrieben, dass Pia von Travelling Mistknits es nicht Yarnstash nennt, sondern Yarn Collection oder Collection of Yarn. Und das finde ich eine ganz, ganz liebe Art, den, sage ich jetzt mal, Wollhaufen zu benennen, der sich da bei mir türmt. Wobei ich sagen muss, er hat sich sehr gelichtet, meine Yarn Collection, weil meine Schwester hat mir ja, also ich habe ja meiner Schwester alle meine Sockengarne gegeben, damit sie mir Socken strickt. Und sie ist jetzt mit dem ersten Teil fertig geworden. Ich glaube, es sind 15 oder 16 Paar Socken für mich geworden. Jetzt verstrickt sie noch die Reste. Und ich habe dann gemeint, wenn du möchtest, ich habe da noch jede Menge liegen. Und ja, sie gesagt, nur her damit. Und so habe ich ihr, glaube ich, ich glaube, das sind sicher 20 verschiedene Sockenwollen, die ich ihr gegeben habe. Es war ein riesiger Sack. Und ja, da ist sie jetzt wieder eine Zeit lang beschäftigt. Ich habe jetzt gesagt, sie soll mir bitte auch kurze Socken stricken. Und auch ein paar, sie hat ein zweites, also ein bisschen nicht da, aber sie hat ein zweites Muster verwendet, das ein bisschen dicker ist. Also mir kommt so vor, es ist natürlich die gleiche Wolle, aber vom Muster her ein bisschen dicker. Wo ich mir denke, dass das für den Winter vielleicht ganz toll ist, dass da, weil es einfach wärmer vom Gefühl her ist. Und ich habe meiner jüngeren Tochter die Socken probieren lassen, die sie mir gestrickt hat, weil die hat ein bisschen größere Füße, aber sie passen für sie auch. Und ich werde ihr ein paar von diesen Socken abgeben, weil sie die auch sehr gerne anzieht, so selbstgestrickte Socken. Weil ja, was mache ich mit 40 Bar Socken? Ich meine ja, man kann nie genug selbstgestrickte Socken haben, ist klar. Aber ja, kann ich nicht austragen und sie mag sie auch. Deswegen bekommt sie auch Socken abgegeben von diesem Riesenhaufen, den ich da bekomme. Und ich zeige euch dann immer wieder die Socken, die ich von ihr bekomme. Und ich habe sie auch schon überredet. Sie wird in einem der nächsten Videos dann mit dabei sein. Und dann kann sie erzählen, was sie so strickt, wie sie zum Stricken gekommen ist und was Stricken für sie bedeutet. Also sie tut nur Stricken. Sie macht sonst nichts. Also sie webt nicht oder irgendwas anderes. Ja. Socken. Wir sind gleich bei der zweiten Frage aus den Kommentaren. Und zwar hat mich die Petra Kerstin gefragt, sie hätte gerne Details zu meinen Socken. Wie viele Reihen ich wie, was, wann, wo stricke? Also ich zeige mal so einen Mustersocken her. Das ist jetzt eben einer, den meine Schwester gestrickt hat. Aber sie strickt sie nach meiner Anleitung, nach meinen Angaben. Und zwar sehen die so aus. Das sind jetzt hohe Socken. Also wenn ich jetzt dann gleich erzähle von meinen Angaben, die ich da mache, das sind die langen Socken. Wie gesagt, ich trage sie gerne zu Stifletten im Winter und habe das gerne, wenn dann oben das Bündchen und noch ein bisschen vom Muster herausschaut. Und wenn ich es dann anhabe, ich weiß nicht, ob das jetzt so geht, dann schuble ich es ein bisschen zusammen, dass das oben dann so, ja, man kann es, glaube ich, ein bisschen erkennen, was ich meine, dass das oben so ein bisschen dicker und wurschteliger ist. Und zwar habe ich mir da einfach auf meinem Handy eine Notiz gemacht. Da kann ich jedes Mal gleich nachschauen, welche, wie ich meine Socken stricken möchte, dass sie mir super perfekt passen. Und zwar habe ich 20 Reihen Bündchen, also wir stricken vom Bündchen zu den Zehen. Ich habe 20 Reihen Bündchen gefolgt von 72, ich muss mein Handy da herlegen, dass ich das halt kann, 72 Reihen von Bündchen zu Ferse beginnt. Das sind die langen Socken. Bei den kurzen Socken sind es 52 Reihen, also sind es 20 Reihen weniger. 1, 2, 3, 4, 5, das wäre dann hier. Warum 1, 2, 3, 4, 5? Dieses Muster ist ein 4 Reihenmuster und ich habe jetzt einfach 4 Muster weggezählt. Die kurzen Socken wären dann so lang und eben das Bündchen noch dazu, also wahrscheinlich um das Bündchen kürzer, circa genau. Dann folgen die Ferse. Ferse ist eh klar, also wir stricken die, ich kenne sie unter Fishlips Kiss Heel, das ist mit der kürzten Reihen wird das gestrickt, sieht dann so aus. Und nach der Ferse, von Ferse bis zum Fuß, dieses Stück hier ist bei mir wieder 52 Reihen lang. Und dann kommen auch noch die Zehen dazu. Wie gesagt, ich habe da auch wieder, ich weiß nicht, ob das speziell ist, aber wie gesagt, meine Schwester hat ihre Socken immer so gestrickt, dass sie immer abgenommen hat, bis dann nur mehr 8 oder 10 Maschen übrig waren und dann hat sie sie einfach zusammengezogen. Und wenn ich das trage, dieser Knubel, der da entsteht, der stört mich in den Schoen. Ich habe lieber so ein bisschen eine abgeflachte Version von den Zehen. Und zwar wird das gestrickt, ich kann es euch gerne sagen, beziehungsweise ich verlinke es euch unten, ich schreibe euch unten die Anleitung für diese Art von Zehen hinein. Dann könnt ihr es gerne nachstricken. Beendet wird es dann mit dem Kitschender Stitch. Das ist dann eben, man sieht dann eigentlich nicht, das schaut schon an, als hätte man es so angeschlagen. Ich versuche es noch einmal anders zu zeigen. Also das ist dann wirklich eine schöne Kante, oder es ist eben keine Kante, es ist ein schöner Abschluss von diesem Socken. Ja, ich glaube sie strickt mit Dreiernadeln. Muss ich sie fragen. Aber ich glaube, ich habe auch mit drei oder zweieinhalb Nadeln immer gestrickt. Ja, und diese Socken sind perfekt an meinen Fuß angepasst. Das ist die Anleitung oder die Details zu meinen Socken, wie ich meine Socken stricke. Das Muster werde ich auch fragen, welches das ist, und dann unten hineinschreiben. Ich glaube, das ist ein gängiges Muster. Das ist jetzt nicht von irgendeinem gekauften Socken, von einer gekauften Sockenstrickanleitung, also dass ihr das jetzt nicht weitergeben könnt. Aber ich muss sie fragen, und wenn es okay ist, dann schreibe ich euch unten das Muster hinein, damit ihr das, falls euch das gefällt, auch nachstricken könnt. Ich zeige es euch noch einmal. Das ist so ein, schaut aus wie ein Ripp, äh, nicht Rippmuster. Na, wie heißen sie? Das fällt mir nicht ein. Loch und Zopf. Loch und Zopfmuster. Wobei es nicht mit Zopf wirklich gestrickt wird. Also Details zu meinen Socken, alles weitere. Ich schreibe euch das auch unten in der Infobox hinein, was ich da jetzt alles erzählt habe zu den Socken. Und, ja, ich freue mich, dass ich nicht die Einzige bin, die Anleitungen nur auf Englisch lesen kann. Also ich kann es schon auf Deutsch auch lesen, aber ich verstehe sie auf Deutsch nicht wirklich, was ich da machen muss. Die, no, genau, Hannah hat mir da auch geschrieben, dass sie genauso ist. Also sie hat mit dem Häkeln begonnen und sich ganz viele englischsprachige Videos zum Häkeln angeschaut und war auch, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, in einer englischen Häkel-Community drinnen. Und als sie dann mit Stricken angefangen hat, hat sie auch immer nur die englischen Anleitungen heruntergeladen. Und deswegen bin ich froh, dass ich da nicht die Einzige bin, die Deutsch als Muttersprache hat, aber die Strickenleitungen alle auf Englisch herunterlädt oder kauft, wenn es es mehrsprachig zu kaufen gibt. Ich lege nur mein Handy hier auf die Seite, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, soweit zu den Kommentaren und was ich euch dazu erzählen wollte. Darf ich jetzt eine Fliege vor meiner Kamera herum? Juhu. Ja, was habe ich auf den Nadeln? Ich habe natürlich, wie in jeder Folge, einen Nurture-Sweater auf den Nadeln. Und zwar ist das der sechste Nurture-Sweater. Ich stricke ihn in dieser Farbe hier. So schaut das aus. Und zwar ist das Drops Lima 9002 Blush Mix und die Bündchen unten ist Drops Charisma 74 Lavendel Mix. Also wie ihr seht, ich habe jetzt schon beide Ärmeln fertig. Letztes Mal glaube ich war ich beim ersten Ärmel, kurz vor der Fertigstellung. Also ich habe jetzt schon beide Ärmeln fertig und ich habe auch schon mit dem Bündchen für den Körper angefangen. Da bin ich glaube ich jetzt zur Hälfte fertig und muss dann noch den Körper stricken. Und das ist jetzt mein sechster Nurture-Sweater. Ich habe eigentlich noch Wolle für zwei weitere Liegen. Also eben dieses Lavendel hier habe ich noch als kompletten Sweater liegen und auch eine graue Wolle, die ich auch gerne noch in diesem Sweater gestrickt habe, hätte. Aber ich muss sagen, ich glaube sechs Stück sind genug. Also ich glaube, das wird mein letzter Nurture-Sweater sein. Vielleicht vorerst, vielleicht bekomme ich dann wieder Lust, noch einen zu stricken. Also ich sage mal, es wird eine Pause vom Nurture-Sweater geben. Er wird nicht in jeder Folge vorkommen, die das da in Zukunft geben wird, weil ich glaube, nach diesem mache ich erstmal eine Pause, was diesen Sweater betrifft. Es gibt so viele tolle weitere Pullover-Anleitungen und der wird halt von unten nach oben gestrickt. Und ja, das war der erste Pullover, den ich überhaupt gestrickt habe. Und von daher war mir das eigentlich, war mir die Vorteile nicht bewusst, wenn ich jetzt von oben nach unten stricke, dass ich den zwischendurch probieren kann, was halt da natürlich auch geht, aber halt nicht so leicht, weil da muss man schon, da sehe ich dann nicht, wie die Ärmel und so weiter sind. Ja, wenn ich sie schon fertig gestrickt habe und dann muss ich wieder alles auftrennen. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird der vorerst letzte Nurture-Sweater. Also ihr werdet euch noch ein bisschen begleiten, weil ich ja noch dran stricke. Aber dann wird er, glaube ich, eine Weile nicht vorkommen. Ja, vielleicht, wie gesagt, kriege ich noch mal Lust dazu, ihn zu stricken. Aber im Moment, ich stricke den fertig, diesen jetzt und dann, ja, Pause. Bei dem Nurture-Sweater, mir hat in den Kommentaren noch jemand geschrieben, dass ich das mit den verkürzten Reihen vielleicht falsch verstanden habe, weil sich die nicht überkreuzen sollten, sondern da vorne sollte einfach ein bisschen was frei bleiben und dann werden sie so gestrickt. ja, ich weiß, wie man German Short Loss strickt und dass da was frei bleiben müsste, aber das Problem ist, ich hatte nicht genug Maschen übrig. Es stand in der Anleitung, man strickt bis zu dem und den Markierer und dann hau es nochmal noch zehn Maschen weiter und dann macht man den Umschlag und dreht um und ich hatte da vorne aber, glaube ich, nicht genug Maschen und definitiv nicht genug Maschen, weil wenn ich hier zehn gestrickt habe und auf der anderen Seite auch zehn, dann hat sich das da vorne eben überkreuzt. Ich habe die Maschen nicht gezählt, glaube ich, bevor ich angefangen habe mit den verkürzten Reihen und das ist mir beim vorigen Nurture-Sweater, also bei der Nummer vier, auch schon passiert gewesen. Ja, ganz komisch, bei dem hier werde ich jetzt aufpassen und wirklich schauen, dass ich immer diese Maschenanzahl habe, die dann auch wirklich nach jeder Zunahme, nach jedem Abschnitt angegeben ist im Strickmuster. Ja, der Nurture-Sweater. Wie gesagt, ein bisschen wieder noch dabei sein, aber es ist ein Ende in Sicht. Ich quäle euch nicht länger damit. Dann habe ich noch das Ooma-Cape auf den Nadeln. Das stricke ich hier mit diesen, also in dieser Kombination. Das ist die Drops Nord Mix 04, das ist diese Graue und die Bunte ist von Woll mit Werbe Kit Silk Soft Lace in der Farbe 20231994. Also ich muss jetzt gerade mit dem Grauen anfangen, das habe ich letztes Mal auch schon müssen. Also ich habe da nicht weiter gestrickt. Ich bin immer noch kurz vor Ende der Schultern und dann teilt sich das in Vorder- und Rückteil auf. Die Änderungen habe ich euch auch immer dazu gesagt, was ich mache. Und zwar, ich habe hier vorne dieses Bündchen am Beginn und am Ende, also ich habe es da hinten dann auch noch einmal. Na, wo ist es? Ja, genau, da sieht man es. Habe ich es hier auch noch einmal. Das ist in der Anleitung nicht drinnen. Das stricke ich jetzt dazu. Es gefällt mir einfach, glaube ich, besser, wenn da so ein Abschluss von diesen zwei Lagen ist. Und ich stricke es auch mit einer Nummer kleineren Nadeln, damit es ein bisschen ein dichteres Gewebe entsteht, damit ein dichteres Gewebe entsteht. Ja. Das Umacape von Echionit, das ist das zweite. Ich habe es schon einmal gestrickt, eben mit größeren Nadeln und das ist mir einfach zu, ich weiß nicht, fluffig, sagt man fluffig, zu locker einfach vom Gewebe her. Also habe ich noch nicht weiter gestrickt, werde ich aber jetzt demnächst machen, damit es dann auch einmal ein Ende hat. Und ich habe etwas Neues angefangen und zwar auch von Echionit. Ja, jetzt habe ich mir nicht die Lautschrift aufgeschrieben, wie man ihn ausspricht. Man schreibt ihn Goujo, also Gustav, Ulrich, Jutta, Otto und es ist koreanisch, glaube ich, weil Echionit ist auch koreanisch und man spricht es, glaube ich, Jusjo oder so ähnlich aus. Ich sage einfach Goujo Sweater dazu, dann tue ich mir einfacher. Und zwar zeige ich euch, ich bin gerade, ich muss gerade auch wieder Wolle anfangen, sieht der so aus. Also das ist ein Riesenkragen, ich zeige euch hier ein Bild, wie der fertig ausschauen sollte, einen riesengroßen Kragen und das ist jetzt eigentlich die verkehrte Seite, also da wird die Außenseite innen gestrickt oder die, ja, die spätere Außenseite innen, also sieht dann eigentlich so aus, da sieht man die zwei, wobei ich nicht weiß, welche Seite mir besser gefällt. Ich finde diese auch nicht schlecht, die Seite, ich bin, die Schultern habe ich hier schon fertig, also da wird auch wieder genauso wie beim Oma Cap die Schultern gestrickt und ich bin jetzt gerade dabei, den Rückenteil separat zu stricken, dann wird der Vorderteil gestrickt, dann werden sie unten wieder zusammengefasst und zwar verwende ich, wird das gestrickt mit Knitting for Olive in der Farbe Wheat und das zweite ist von Woll mit Werwe wieder ein Kitzilglaze und zwar wird die Knitting for Olive doppelt gehalten und dazu kommt noch das Lace also in drei Fädig wird das gestrickt und ich muss mir angewöhnen Strickanleitungen genau zu lesen und nicht einfach drauf losstricken und Fehler zu machen ich hatte auch in den Kommentaren jemanden der mir der mich gefragt hat ob ich wenn ich einen Fehler beim Stricken mache das nicht auftrenne um den Fehler zu beheben damit das damit es nicht einfach schnell schnell gestrickt wird und das Strickstück ist fertig sondern dass es auch wie ist es genannt ein richtiges oder gutes Werkstück ist also das woran man halt eine Freude hat mir ist bei diesem Sweater ein Fehler passiert den habe ich aber dann gemerkt bevor ich weiter gestrickt habe und zwar die Zunahmen die hier gemacht werden da nimmt man in jeder Reihe acht Maschen zu und zwar immer vor und hinter den Schultermaschen je zwei Maschen jede zweite Reihe und in der Anleitung steht das drinnen als knit yarn over knit und ich habe das einfach so interpretiert ich also man man strickt die Reihe bis zur letzten Masche vor dem Markierer vor den Schultern dann knit yarn over knit und für mich war das so ich stricke eben knit dann mache ich ein yarn over und dann stricke ich knit die letzte Masche und somit habe ich eigentlich immer nur vier Maschen pro Reihe zugenommen es hat dann auch diese Schulter natürlich die war nicht so steil wie sie es jetzt ist sondern die war so ein richtig schöner ja ungefähr so ist sie nach unten gegangen und ich habe dann gezählt wie viele Maschen ich eben nach diesen Zunahmen oben auf den Nadeln haben sollte und das waren zu wenige und eben genau um diese um die Hälfte weniger Zunahme zu wenig und ich habe mir dann die Mühe gemacht ich zeige euch hier Bilder ich habe das dann aufgetrennt also ich habe echt so ein Stück dann aufgetrennt und zwar habe ich das gemacht indem ich mir eine sogenannte Lifeline eingezogen habe für alle die ich nehme an die meisten kennen man nimmt immer eine habe ich jetzt ich kann es ja zeigen vielleicht geht das ich mache mal ein Stückchen dann sieht man es vielleicht in der Kamera also die Lifeline wird immer mit einem Schenkel von der Masche also eine Masche hat ja immer zwei Schenkel man muss sie halt immer den gleichen aussuchen es kann dann halt passieren dass man es dann wenn man bis zur Lifeline aufgetrennt hat die Maschen verdreht sind und man muss dann noch eine Runde entweder man strickt es dann durch den hinteren Teil der Masche oder man dreht sie einmal um indem man es einfach auf die Masche nimmt und zwar nimmt man immer einen Teil von diesen Maschen auf zieht dann einen Faden durch und dann wenn man dann auftrennt dann kann man nur bis zu diesem Faden auftrennen man muss halt aufpassen dass man in der gleichen Reihe bleibt bei dem musste es jetzt nicht schwer in der gleichen Reihe zu bleiben aber es gibt Muster die wilder sind als dieses hier und also da muss man echt aufpassen dass man in der Reihe bleibt und man trennt dann auf und nimmt dann einfach die Maschen wieder auf die man dann mit dieser Lifeline gesichert hat quasi und das habe ich gemacht ich habe für die Zunahme einen ganzen Tag gestrickt also jetzt nicht pausenlos aber ich habe einen Tag lang gestrickt diese Zunahme um sie dann am nächsten Tag wieder aufzutrennen und wieder einen ganzen Tag zu stricken also ich bin heute mit der nein gestern bin ich schon mit der Zunahme fertig geworden und habe jetzt eben begonnen mit dem Stricken des Rückens also der Aguio Sweater ich zeige euch noch einmal ein Bild wie er fertig ausschaut ich finde den einen ganz super tollen Sweater wenn der fertig ist bin schon gespannt wie er dann aussieht wenn ich ihn tragen kann so das sind meine sogenannten VIPs meine Work in Progress ich habe fertige Objekte dieses Mal keine zu zeigen ich glaube letztes Mal hatte ich den neuen Sweater zu zeigen also dieses Mal habe ich leider kein fertiges Projekt zu zeigen also was meine Zunge heute hat keine Ahnung verhaspelt sich dauernd aber ich kann euch noch zeigen ein Projekt das ich gemeinsam mit meiner älteren Tochter stricken werde und zwar machen wir ein sogenanntes knit along also wir fangen beide gleichzeitig mit dem selben Sweater an und schauen dann und stricken dann also jetzt nicht wer ist erster fertig oder irgendwas es soll kein Wettbewerb sein oh Gott nein sondern einfach gemeinsam stricken wenn wir beisammensitzen also sie wohnt nicht mehr hier bei mir aber wenn sie dann zu Besuch kommt dann hat sie meistens auch ihr Strickzeug mit und dann sitzen wir gemütlich zum Beispiel diesen Sonntag sind wir auf der Terrasse nebeneinander gesessen ich habe an meinem Gujo Sweater weiter gestrickt und sie hat einen Sweater angefangen und zwar bedient sie sich da immer aus meiner Yarn Collection ich probiere jetzt dieses Wort statt Stash in mein Vokabular aufzunehmen sie sagt dann immer sie geht kurz ins Wollgeschäft shoppen weil sie eben weiß dass ich ganz viele Wollen liegen habe und hat sich dann eine ausgesucht eigentlich habe ich diese Wolle für einen anderen Sweater schon ewig lang liegen ich glaube schon seit über einem Jahr fast zwei Jahre und irgendwie bin ich nie dazu gekommen oder ich hatte dann keine Lust mehr diesen Sweater zu stricken und sie hat sich dann diese ich habe dann gesagt sie kann diese Wolle haben weil den Pullover stricke ich eh nicht mehr und die Wolle hat dann auch gepasst und zwar strickt sie damit den Anker Anker Sweater My Size von Petite Knit ich zeige euch hier ein Bild wie er ausschaut also sie hat sich dazu entschieden dieses Muster oben also jede jedes Rapport oder wie nennt man das jede Sektion in einer anderen Farbe zu stricken finde ich eine sehr schöne Idee schaut auch ganz toll aus und ich habe die die Wolle die wir eben für dieses Nitterlong machen habe ich bestellt also ich sponsere sie da quasi quasi mit dieser Wolle also ich schenke sie ihr und habe aber gesagt wir fangen erst an diesen Pullover gemeinsam zu stricken wenn sie den Anker Sweater My Size fertig gestrickt hat das soll so ein kleiner Ansporn für sie sein damit sie den auch fertig strickt und der nicht ewig herumliegt weil ich ich kenne sie sie tut eigentlich häkeln also sie ist eigentlich eine häklerin und sie fängt immer hunderttausend Sachen an und ganz selten dass sie was fertig macht ich glaube ein zwei Hauben und einen Schal oder zwei Schal aber hunderttausend Projekte angefangen die irgendwo herumliegen bei ihr glaube ich ja also wie gesagt sie muss zuerst diesen Follower fertig stricken und dann mit mir gemeinsam stricken den Sunday Sweater von Petite Knit in der Mohair Edition und ich zeige euch die Wolle die sie sich ausgesucht hat und die ich mir ausgesucht habe also das ist die Wolle die sie sich ausgesucht hat ein ganz schönes lila und es sind zwei unterschiedliche lila also ein helles und ein dünkleres das dünklere ist die Nummer wo sehe ich das nein ach da sehe ich das das ist die farbe 55 und das ist die farbe 9 also 55 und 9 in diesen zwei lila tönen wird sie den Pullover stricken und ich bin wieder ganz wild gegangen was die farbwahl betrifft und zwar wird meines diese kombination sein also dieses pink mit dem orange und zwar ist das die farbe 49 das orange und das ist die farbe 13 das wird meine kombination ich bin dann schon gespannt wie das wetter fertig ausschaut wird ich zeige euch hier ein bild von der strick anleitung wie er dann sein wird wie gesagt die wolle habe ich hier aber es ist noch nicht ich weiß noch nicht wann wir anfangen werden es kommt darauf an wie schnell sie ihren Pullover fertig strickt ja das war's eigentlich was jetzt die wollen und die projekte betrifft die ich da herumliegen habe und gerade in Arbeit bei mir sind beziehungsweise eben was ich vorhabe zu stricken und ich habe euch ja versprochen dass ich euch meine Strick Podcast dass ich euch die Strick Podcast vorstelle die ich schaue wenn ich stricke und ich habe da jetzt beschlossen also immer am Ende der Sendung einen Strick Podcast vorzustellen die Reihenfolge in der ich sie vorstelle hat jetzt nichts damit zu tun wie sehr ich sie mag ob ich sie besser finde oder mir besser gefällt oder irgendwas das ist einfach so ich habe jetzt einfach mal mit jemandem angefangen und ja wie gesagt die Reihenfolge hat jetzt keinen Bezug darauf wie sehr mir der Podcast gefällt oder jetzt weil ich sie als erster nenne gefällt mir am besten also wie gesagt einfach die Reihenfolge ist eher willkürlich sage ich einmal und zwar ist das Jogini Withian die Paula so heißt die Betreiberin des Kanals Jogini Withian und sie wohnt in Deutschland und ihr Podcast ist so ein Mix ich nehme an die meisten kennen sie aus Vlog und eben Strick Podcast also sie hat eigentlich zwei Formate die sie da bespielt einen Vlog und auch den Podcast und ich schreibe eigentlich beides gerne und was sie auch macht was mir ganz toll gefallen hat letztes Jahr war Vlogmes also sie hat auch bei Vlogmes mit gemacht Hut ab also wirklich jeden Tag ein Video hochgeladen ich kämpfe schon mit den zweiwöchigen Videos hier und finde das echt toll wenn man das jetzt bei Vlogmes macht dass man jetzt wirklich jeden Tag ein Video hochlädt wobei ich mir vorgenommen habe da heuer auch mit zu machen und ja ich bin schon am überlegen wie ich das gestalten soll wirklich jeden Tag ein Video zu machen ja falls ihr da Ideen oder sowas dazu habt was ihr da gerne sehen wollt in solchen täglichen Vlog Mess Videos könnt ihr mir das gerne unten in den Kommentaren hinterlassen ja noch einmal jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift also zu Joaquin zu Paula sie hat auch einen Hund die ich habe es mal aufgeschrieben die Cleo genau die Cleo einen Husky und der ist auch oft ganz oft mit dabei und ich habe selber einen Hund bei mir ist es ein spanischer Windhund eine Galga ein Mädel und von daher ist auch der sage ich mal die Connection weil sie auch eben einen Hund hat schaue ich auch sehr gerne zu er kommt auch vor und er ist auch immer ein ganzer Lieber wenn er so treuherzig in die Kamera schaut oder wenn er wieder irgendwas angestellt hat oder wenn sie wieder irgendwas angestellt hat also es ist echt ein echt zum Empfehlen also bitte zuschauen ich verlinke euch unten zu ihrem Kanal Jogini mit Jan schaue ich sehr gerne freue mich immer wenn da ein neues Video hochgeladen wird ja das war es jetzt aber jetzt kommt gerade die Sonne wieder raus das heißt ich werde wieder massive Probleme haben dieses Video zu bearbeiten damit die Belichtung stimmt ich habe extra gewartet dass es bewölkt ist und jetzt knallt hier die Sonne rein und der Hintergrund ist total hell also entschuldigt bitte wenn jetzt die die Helligkeit oder die Farben hier ganz anders sind ich bin nur froh dass das zumindest so lange ich etwas in die Kamera gehalten habe gehalten hat damit man die Farben gut sieht alles was ich hier in diesem Strick Podcast erwähne an Materialien an Materialien und Anleitungen die sind alle selber gekauft also es ist hier nichts gesponsert sollte das irgendwann einmal passieren dann werde ich das erwähnen wenn ich etwas gesponsert bekomme also die Meinung die ich hier äußere ist meine Meinung so wie ich das empfinde da ist eben nichts bezahlt alles selbst gekauft selbst gestrickt ja ich würde mich freuen wenn ihr mir in den Kommentaren wieder hinterlasst woran ihr gerade arbeitet während ihr meinen Podcast schaut dieser wird hochgeladen immer alle zwei Wochen Freitag um 13 Uhr mit diesem Rhythmus komme ich eigentlich ganz gut klar ich habe dann immer wieder etwas was ich zeigen kann wöchentlich glaube ich wäre mir zu kurz und länger da würde mir etwas abgehen also ich freue mich immer schon wenn ich mich wieder hersetzen darf und euch ein Video aufnehmen kann weil das macht mir ungemein Spaß und bin auch super motiviert immer weil wenn ich eure Kommentare durchlese wie sehr ihr euch schon auf meine Folgen freut das ist immer ganz toll und wie gesagt das motiviert mich ungemein da weiterzumachen und mich da alle 14 Tage herzusetzen einen Podcast vorzubereiten und das Video aufzunehmen das dann auch zu schneiden hochzuladen und alles also das macht echt viel Spaß und es freut mich dass das so einen guten Anklang bei euch findet ja natürlich dürft ihr auch gerne Kritik in den Kommentaren hinterlassen was könnte ich anders machen was könnte ich besser machen worüber soll ich mehr erzählen ich bin euch ich bin euch dann sicher nicht böse sondern ich bin ja froh wenn ihr mir Anregungen gebt was ich anders machen könnte besser machen könnte vielleicht ja in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag schönen Abend schöne Woche schönes Wochenende schönen Sonntag je nachdem wann ihr mein Video anschaut und ich freue mich schon auf nächstes Mal wenn ihr wieder zuschaut bei Everything Fiber Tschüss